Du dann ja nimmst, ooi! Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von One Piece. Ja, sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. ich bin euch und wir spielen das letzte kapitel episode 4 schwere erschütterung in dress rosa wieso rosa ist da wieder alles rosa oder wie wir schon mal nach wir spielen heute wir können heute mit allen möglichen spielen letztens haben wir mit rock gespielt ich habe wieder lust ruffy denn er hat ja viele neue fähigkeiten und das habe ich einfach bock ich bin gespannt was uns erwartet das ist ja voraussichtlich die letzte folge denn wie wir wissen hat ein kapitel vier episoden und da das letzte kapitel ist es vermutlich die letzte folge weil das ja die vierte folge ist ich bin gespannt ich bin gespannt wie das ganze endet ob es offen bleibt schauen wir mal sierkau si ta ichi mia海賊同盟を結んだローの策にしたがい Die Teufelsfucht. Ooi? Oosama? Wenn Sie so schnell gehen, dann wird es nicht so gut gehen. Das ist gut. Sie müssen so machen. Hey! Warum sind wir auf meine Gesichter? Was? Was? Das ist nicht so schön. Trafalgar-Raw! Wir haben die Verwärterung und die Verwärterung. Das ist nicht so gut. Die Verwärterung ist nicht so schön. Wir müssen auf die Flamingo-Doflamingo. Wir werden die Krieg hervorragend. Das ist das. Ich habe die Verwärterung. Was meint er? Schon? Was meint er denn? Joker! Hör doch nicht zu sprechen! Ich habe das Wort. Seit 8 Stunden, ich bin der Dress Rose, Green Bit, auf der Nantau-Beech. Ich werde die Schiezer herunterladen. Ich werde es nicht mehr verletzen. Ich werde es nicht mehr verletzen. Das ist so, was ich. Okay, ähm, Momentan sieht's eigentlich ziemlich harmlos aus, was wir hier vorhaben, ich vermute mal aber, dass es, äh, etwas interessanter wird, denn garantiert läuft irgendwas schief so kampfverbereitungen guck mal ob wir neue minzen verteilen können nein nein also das ist schon komplett nein ja hier könnte man was rein tun hier auch und hier auch dann haben wir das lot für fähigkeiten auch voll das ist schön da können wir vielleicht dann gleich mal gucken ob wir noch eine neue spezialfähigkeit mitnehmen können 99 ok da kommen wir auch ordentlich was reinpacken die haben wir noch nicht ok fähigkeiten auswählen genau da kommen jetzt hier eine neue rein tun eigentlich aber wir haben keine weiteren spezialfähigkeiten weiß gar nicht wo man die herkriegt naja gut egal und dann geht es eigentlich auch schon los lasst es krachen ich bin gespannt was uns erwartet die musik ist schon mal geil das war wirklich aus versehen jetzt drauf gekommen naja was die basis wurde eingenommen dabei habe ich gar nichts gemacht sonst immer sind es voll die weiche eiern die schaffen das gar nicht hier irgendwas zu übernehmen aber das haben sie jetzt gut gemacht meins hey ihr könnt gerne mitkommen so dann spriten wir mal da runter ich weiß nicht mehr kassel packte ihn in der haut endspurt würde ich sagen feuerforce pistole das hat ein bisschen was von dragon ball die auch immer sagen was er jetzt tut wenn man schlau ist könnte man denn der attacke schnell ausweichen Gehen wir doch mal zu dem Ausrufezeichen Da unten hin Ist das diese Uhr hier? Ich weiß nicht genau, was man hier jetzt tun kann Machen wir das hier mal clean Oh, der Schwein hat dem voll widerstanden So, jetzt ist das hier auch noch Und dann springt man wieder nach oben Sauber Einlandfrei So Das nenne ich sauber So, dann springt man mal dahin, wo die alle hinrennen wollen Guck, guck, guck Und ein Schwertstil Sehr seltsam, warum man das jetzt mit einem Schwert macht Nicht so wie früher mit drei Fand ich irgendwie immer cool Keine Ahnung Ressourcen sparen oder so Vielleicht war der Schwert der Abnutzungsgrad einfach zu hoch Oh, da unten ist ein Fragezeichen entstanden Dann rennen wir wieder zurück Mein Gott, wenn ich für jeden Schritt einen Cent kriegen würde Hm Oh, wo drehst du dich denn hin, du Beyblade? Gibt's ja nicht Gibt's ja nicht Und gleich nochmal, weil's so lustig ist Was macht er denn jetzt? Bleibst du hier? Ich hab grad das Gefühl, er will abhauen Ich hab mit dir in die sieben Jagdgründe So Die sind ja alle schon da oben Ich komme Ich bin gleich da Ich bin da, ich bin da, ich bin da Ich helfe euch Guck, guck Ach sie Jetzt hab ich wieder keine Kaugummis, äh Hier bereitgestellt Jedes Mal, wenn ich ne dumme Attacke mache Dass ich dann Kaugummi in den Mund stecke Kunde, das ist ja nicht Es ist ein spezielles Move Besser geht's nicht, sagt er Ey, du Schwein Wo ist er denn? Da drüben Ein Ereignis. Schauen wir mal rein. Telefon klingelt. Telefon klingelt. Na, der freut sich Cäsar. Hm. Wo ist? Video-Sequenz? Hm. Wo ist? Video-Sequenz? Fugitra. Jedes Sequenz Leibach. Das ist so, auch zu sagen. Was ist das Menschen bei einer Unterdrückung? Also darum Deutschen. Sie müssen, was? Ja, mein Herr Navar. Wie wird der Flak Lemacher? Das sind die Chorfen des Knutige Zertons. Die Flak-Nutze. Die Flak-Nutze und die Zerolne. Das ist ein Schraub. Wenn sie sich, Rau, der Sie, 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 der Sie. Ich habe keine Probleme mit dem Mugiwara, mit meinem Schraub. Ich bin der Geschichte, die ich mit dem Schraub. Ich bin ein Schraub. Ich bin ein Schraub. Hm, schon mal. Das ist ja krass. Die können Sachen. Hm. 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 Faszinierend. Ne, ich. Also ich kann mir ja kaum vorstellen, dass das das Ende ist. Also ich vermute mal deswegen, dass es mindestens einen weiteren Teil des Spiels geben wird. Wir sind ja gar keine Gegner, hier sind sie. Hat er eine Banane um seinen Gürtel geschnallt? Das sah gerade so aus. Ja. 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 ist immer in schwierigkeiten sollte ich mich mal heranhalten wahnsinn fluchtversuch wir werden da ist doch gar kein blauer oder wenn ich mehr wer das ist ich habe niemals so schnell darunter ich versuche es einfach mal ich bin gleich da flucht aber es ist jetzt gut oder schlecht ich bin fast ich glaube sie sind weg oder doch zieht sich vorübergehend zurück darüber diese kamera manchmal ist ich bin fast da halte durch jetzt dahin wieder einer im fluchtversuch ich bin nur am hin und her rennen gerade mit ihr zusammen und nicht schlecht ich sehe ja nichts das knallt so der nächste ist weg meine güte jetzt geht es ja war zu hart in schwierigkeiten ich bin gleich da so wir sind aber erst mal am ende dieser folge wo ist er denn ich sehe mich habe ich erreicht ich glaube schon genau wir sind am ende der folge gleich im anschluss könnte die nächste folge euch reinziehen ich hoffe ihr seid dabei vor allem jetzt wo es zum finale hingeht ja bis gleich ich